Wie ihr seht, perfekte Konsistenz, absolut dünnflüssig, es wird auch nix dick. Perfekt auch beim Training zu verzehren, meine Empfehlung. Markus Röhl Du hast ja auch deinen Teil dazu beigetragen, dass es die Hardgainer überhaupt gab. Weil ich glaube, das erste Video, was mich überhaupt in diese Richtung motiviert hat, so Bodybuilding... Jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt bitte. Welches Video könnte das gewesen sein? Das ist dein Einkaufsvideo. Ja, jetzt kommt mir die Dusche hin. Mit dir wirst du wie scheiße die aussehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020